Yo Leute, zurück bei Piraten Simulator 2014. Nein, Quatsch, wir sind immer noch bei Family Guy. Und, ähm, wir müssen jetzt hier mal wieder die Piraten abballern. Shit, jetzt, was ist denn das für eine Scheiße? Kacke, ich brauch Leben. Hier, das da brauch ich. So, nein, kann ich eigentlich auch mit dem Raketenwerfer drauf schießen? Macht das denn was? Ich glaub nämlich nicht, dass das was macht. Weil sonst würde ich einfach mit dem Raketenwerfer das beenden. Aber ich glaube, Sinn dieser ganzen Aufgabe ist ja, dass wir dann da auf diese Typen... Oh, geht weg. ...auf diese Typen schießen, indem wir halt diese Kanonen da benutzen. Ab geht's. ...nochmal. Okay. Das Schiff müsste down sein. Ah, das war doof. Aber das hier bringt's auch nicht. Nee. Damit gehen die nicht down. Doch, gehen sie wohl. Geil. Okay, nein, das war drüber. Scheiße. Komm, ein Stück weiter runter. So. Das trifft das super hier, sonst... ...gibt es hier wieder Probleme. Das hat auch getroffen. Aber ein Stück höher noch. Jetzt. Komm, down. Perfekt. Reparier die Kanone. Nein. Geht down. Ihr dürft das Schiff nicht kapern. Schlimm genug, dass die es geschafft haben. Der Jack Sparrow für Arme hier. Oh, nein. Eins. Scheiße. Oh, jetzt komm. Das ist doch kacke. Wieso können die so viele abschießen? Yo, ich kann nicht mehr zurückfeuern. Das ist okay. Ach so. Ist grad gar nicht irgendwie unfair. Wartet mal. Ah, okay. Das war extrem doof. An den Kopf geworfen. Mich stört ehrlich gesagt gerade ein bisschen, dass ich die Dinger hier nicht komplett... Ja, wahrscheinlich. Das ist doch scheiße. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Die kommen von beiden Seiten. Wie soll ich das schaffen? Okay, der ist down. Reparier doch die Kanone. Das hasse ich. Ich klicke das an und der macht das einfach nicht. Das ist so oft in so ekelhaftigen... Ekelhaftigen vor allem. Mein Gott. In so ekelhaften Spielen. Jo, wahrscheinlich. Schieß halt komplett auf den Boden. Oh, geht doch. Das Schiff ist im Arsch. Jetzt, passt auf. Hier könnt ihr nämlich... ... auf dem Krüppel kämpfen. Das lenkt die nicht mal ab. Das kotzt mich an. Geil, drüber. Wenn die jetzt wiederkommen, dann rufe ich mein Hähnchenfreund. Passt auf. Da kommen wieder so viele. Komm, einen noch. So, haben wir. Perfekt. Was geht jetzt hier ab? Das ist so dumm. Endkampf, oder was? Kommt, Long John Peter. Ich geb dir. Nein, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Das auch nicht. Das wollte ich. Ach, guck mal. Hier ist noch Gold. Das ist ziemlich easy. Komm, Hühnchen. Du musst mehr machen hier. Das ist unglaublich. Okay. Wo ist Long John Peter? Der tötet mich gleich. Scheiße. Ich brauche auch mal Leben. Das macht gar nichts. Okay, komm her. Wenn wir den die ganze Zeit mit Raketen abschießen, macht das dem so viel jedenfalls, dass er dann auf jeden Fall aufhört mit dem Scheiß. Okay. Ich kann dir nicht wehtun, sagst du. Kommt mir aber anders vor. Sonst würdest du ja nicht immer wieder abhauen. Und tschüss. Ach, das reicht auch schon. Oh, ich könnte ja mal die Bomben nehmen. Oh, scheiße. Ins Wasser geworfen. Na super. Nein, ins Wasser gesprungen. Oh mein Gott, bin ich dumm. Nicht den Kampf von vorne machen. Das ist schön, dass es hier nur sowas gibt halt. Direkt wieder so ein Einstieg, bis man keine Kohle mehr hat. Bring it on, bitch. Bring it on, bitch. Okay, besiegt. Scheiß Peter. Gib uns zurück die Remote. Never. Genau das ist Family Guy. Das ist so dumm. Die kommen wieder. Nein, tun sie nicht. Ja. Tun sie auch wahrscheinlich nicht. Ah, wir haben eine neue Waffe freigeschaltet. Dann gehen wir direkt weiter. Und ich habe die Aufgabe, füttere die Haie gesehen. Ich wusste, es hatte was mit diesen Leuten zu tun, die wir hätten abschießen können. Oh mein Gott, es ist kreisend. Ja, mein Peen hat sich zurück in meine Haie gesehen. Stewie, schau. Oh mein Gott. Es ist Santa's Workshop. Was der Herr kann Bertram von Santa? Es sieht aus, dass in diesem Universum, Santa ist ein Kind von Industriei Mercenari. Oh mein Gott. Oh, hier ist es. Ich war in dem falschen Menü. Das war nur ein Überblick. In diesem Universum haben die Leute nur Christmastgifte online und es gibt keine Use für Santa mehr. Jetzt hat er seine Faktorie um alles zu den höchsten Bedeutern zu produzieren. Was hat Bertram ihn für? Mein Geist ist, er hat ihn für seine Arme zu produzieren, um seine Armee zu produzieren. Na, komm mal. Ich träume über einen runden Christmast. Okay, du bekommst nur einen Schraubkopf per Line. Und die Linie sollten wirklich besser sein. Ach ja, da hat er schon recht, aber naja, die Kuh laden auch mehrmals durch. Ähm, ich hätte gerne... Ich hätte ja jetzt gerne einen Laden. Hier ist Geld. Geld ist auch so keine Mangelware in dem Game. All right, finally get the hang of this. 180. Alter. Boah, bist du ein hässlicher. Hm. Was machen die denn da? Haha. Stirb. Du auch. Und ihr auch. Ha. Hier ist ein Bärchen. Das nehmen wir natürlich mit. Kommen wir hier rauf? Nein. Wow. Ah, der ist schon... Ne, der ist noch nicht tot. Der war nur betäubt, die Made. Ähm, Windel. Reiß was? Ah, so, oder auch nicht. Okay. Das war ja jetzt nicht so schwer. Flammenwerfer ist bestimmt auch nicht ganz uneffektiv. Da sind übrigens die Sammelgegenstände wieder. Oh, goody, goody, you found me out of here. Find some more and give them to your friends and family as gift. Ich glaube aber nicht, dass ich mich jetzt hier groß mit befasse, die, äh, Sachen zu suchen. Auch wenn das wahrscheinlich die Spielzeit erheblich vergrößern würde. Aber egal. Ich meine, so ein Spiel hier muss ja jetzt auch nicht Ewigkeiten gehen. Reicht, wenn es so ein bisschen unterhält. So 10, vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Parts und dann Schachtel Rupert. Da ist ein Laden. So. Okay, ein besoffenes Rentier. Nein! Shit! Das ist echt scheiße. Komm, jetzt. Muss ich denn da oder da drauf? Ach, ich soll, haha, ich hab grad erst überlegt, wie schaff ich's denn jetzt von da auf den, aus, äh, Holzbrett, aber, ich hab's gesehen. Man muss über die Toten springen. Manchmal muss man über Leichen gehen, ne? Was ist das denn? Ach so, die Nase, glaub ich. Ach, guck mal an. Stecken sich da, Ha! Nein! Ach man! Die Hüpfpassagen in dem Spiel sind nicht so wirklich doll und die Checkpoints jetzt gerade auch nicht. Dabei waren die eben so schön fair. Boah! Das war auch wieder so ne knappe Aktion. Äh, da wechseln wir. Okay, das hat jetzt nicht getroffen, soweit ich das gesehen hab. Ha! Haben wir wenigstens das Geld noch mit eingesackt. Hier müssen wir drehen. Okay. Schwul. Geht weg, ey! Suizid-Kobolde! Alter! Gott! Scheiße! Munition! Ich hör da noch ein. Keine Ahnung. Da! Wahrscheinlich, oder? Haut ab. Ja, schieß die ruhig auf den Boden oder lass die fallen. Ich geh weiter. Aber erstmal mach ich kurz einen Cut. Dann melde ich mich gleich zurück. Bis dahin und haut rein!